Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elex. Wir sind auf der Suche nach dem rechten Pfad. Ne, wir sind auch immer noch am Erkunden, Erforschen, Viecher blätten, Leute befreien, Banditen umhauen, Trolle bekämpfen, Kräuter sammeln, Erfahrungen generieren. Das nennt sich... Wie heißt denn das? Wie heißen denn diese Zonen? Diese, diese... Verdammt, ich komm grad nicht drauf. Gemäßigtes Klima, Klimazonen. Die meinte ich. Ich nehme an, da unten ist es ein bisschen sandiger, weil da aus irgendeinem Grund mehr Hitze entsteht. Wie so eine Art Brutkessel oder so. Keine Ahnung. Oder da unten sind irgendwelche super krassen Magmaströme, die halt dafür sorgen, dass der Boden darüber ganz schön warm ist und nix an sich ranlässt. Keine Ahnung. Ich bin kein Geologe. Hat das was mit Geologie zu tun? Ja, Erdkunde war nie so meins. Da habe ich mich immer auf eine soliden 3 gehalten mit dem Nötigsten, was man wissen muss. Und habe es auch immer direkt wieder vergessen. Ah, Kaya, hilf mir. Hilfe. Gott. Ah, Gott. Kaya, hilf mir. Ja, ich weiß. Hallo. Alter, 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 falsche Taste. Jetzt trinkt doch hier einen Trank. Was ist denn mit dir? Hä? Hallo? Alter, meine Güte. Warum säuft denn der das Scheißzeug nicht? 300 Mal die Tasse gedrückt. Meine Güte. Gut, jetzt habe ich halt zwei Mana-Tränke gesoffen. Kaya, du stehst mir im Weg. Ich muss Rache nehmen. Hey. Hey. Ich brauche deine Leichen ja durch die Gegend zu fallern. Ich habe noch was mit denen vor. Nämlich looten. Danke. So, die hatte ich aber schon geloodet, ne? Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. So, speichern. Da haben wir... Ach, hier ist jetzt... Der Break-Even-Point. Nein, so heißt es nicht. Das kommt außer Betriebs- und Volkswirtschaft. Betriebswirtschaft, glaube ich eher. Ähm. Oh. Jetzt waste ich hier aber Eintrag nach dem anderen. Komm her. Gut gemacht, Kaya. Hallo? Hallo? Extra EP. Geh mir nicht aus Schwein. Tschüss. Gut gemacht, Kaya. So, jetzt müssen wir hier den Fluss hinauflaufen, haben wir gesagt. Oder? Gucken wir mal kurz auf die Karte. Genau, den Teil, den lassen wir mal so. Da ist Schnee. Interessant. Ähm. Ist aber egal. Ich wollte jetzt hier hochlaufen. Das alles so abfrühstücken. Dann südlich von dem Konverter, das wegräumen. Und dann gehen wir wieder nach Süden. Und gehen dann wieder hoch hier. Das dürfte ich ja alles soweit schon aufgegessen haben. Wie gesagt, nur hier südlich von dem Konverter. Das fehlt noch. Also. Auf geht's. Oh. Wenn ich den schon wieder sehe da drüben. Meine Güte. Klumpi Steinfuß, ey. Halten. Oh. Was ist denn? Wieso sauf ich denn hier in Dauern Tränke? Das gibt's doch gar nicht. Außer bei Roller. So, macht das Vieh weg, Kaya. Du hast einen Auftrag. Klar, machst du den Last Hit, ne? Damit du mir wieder meine zwei Erfahrungspunkte klauen kannst. Blöde Kuh. Die ist so gemein. Oh, ist das Gags. Oh, ich dachte, das wäre eine Steinklau. Egal, das Gags ist jetzt auch nicht so stark mehr. Ist aber stärker als... Oder sind die stärker als Steinklau? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Steinklauen sind in dem Sinne ekliger, weil sie eine erhöhte Resistent gegen Feuer haben, würde ich sagen. Jo, nice. Oh, das ist ja noch einer. Alder Finne. Jo, tschüss. Hier ein kleines Pflänzchen. Da drüben sehe ich noch ein kleines Pflänzchen. Pflanzies. Yay. Oh, das ist noch eine große Pflanze. Und Raptors. Moin. Spams ins Gesicht, Jungs. Aber 100 von 100. Jawohl. Spams ins Gesicht. Oh, ich liebe den Flammenwerfer, ne? Scheiße ist nur, wenn Gegner den benutzen. Geh wem. Das cool. Nein, mein EP. Nein, Kaya hat mir jetzt schon wieder ganz viel EP geklaut. Aber mir ist das eigentlich relativ gleich. Denn ohne sie wäre ich noch wesentlich schlimmer dran. Ich meine, so 5, 7, 8 EP oder was sie jetzt mir immer wieder klaut. Hey. I don't give a damn. Hm. Hier war ich vorhin, glaube ich. Genau. Und da habe ich gesagt, hier die 4, die machen wir noch. Und genau das tun wir jetzt. Okay, Kaya rastet aus. Finde ich gut. Kann ich mich nicht drüber beschweren. Ich finde es nur irgendwie doof, dass wir hier keinen Teleporter finden. Das nervt mich ehrlich gesagt ganz schön. Ja. Ja. Hallo, meine Süßen. Vielleicht kommt er von hinten. Au, 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 au. Das war jetzt eine unfreundliche Tech-Team-Attack hier. Ich sag einfach nichts dazu, okay? Ich möchte einfach nicht dazu noch mehr sagen müssen. Es freut mich, dass es so krasse Physik in dem Geld gibt. Au, au, au. So. Wo ist jetzt das andere vieren? W, E, C, H. Welch. Wo, das ist hier? Nee. Da ist es. Da ist es. Zu Tode gestürzt. Ach, das ist ein Hornbeuf. Gut, die kriegen wir auch so. Was ist denn jetzt dein Auftrag? Tja. Ja. Way. I'm fucking kidding me. Hey, 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 kein Stress. Kein Stress, Junge. Alles ist gut. Ganz ruhig. Komm zur Ruhe. Mach keinen Stress. Ruhig, Brauner. Ruhig. Hatten wir hier noch was Spannendes. Da drüben noch ein paar Hornwolfies. Oh, nee, Schakale. Speichern wir nochmal fix. Oh, ein paar mehr Schakale. Oh Gott. Kaya, passen. Oh, scheiße. Oh, ich hab mir, glaub ich, grad eingeschissen. Oh, das war... Kaya, bitte kümmere dich mal um die Hässlichkeiten hier, ey. Ich muss mal kurz meine Hose wechseln. Die elendigen Mistviecher hier. Sterbt. Oh. Au. Schöner Last-Hit, Kaya. So. Okay, die nicht. 2, 2, 3. Hier muss doch noch irgendwo ein Piech rumliegen. Und wenn nicht, ist auch egal. Auf die Peanuts kann ich verzichten. Oh. Hey, wieso hab ich denn den nicht ausgenommen? Bin ich doff? Ich glaub schon. So. Ganz wichtiges Kraut. Alleep. Moin. Meins. 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 Okay, also 2 Schakale schaffen es gegen ein... Skeks. Das ist ja interesting. Das konnte ich grad nicht einsammeln. Gut. Große Heilpflanze. Hm, was haben wir denn da noch hübsches? Raptors. Achtung. Raptorinos. Bye. Hi. Hihi. So, was haben wir hier hübsches? Uh. Eine wunderbare Zigarettenstange. Eine Stange. Keine Bange. So. Äh, hoppala. Gucken wir mal ganz kurz hier. Nach. Eintopf. Machen wir uns rein. Noem, Bruder. Nee. Habe ich die alle verkauft? Natürlich, habe ich die wahrscheinlich alle verkauft. Starker Schnaps. In diesem Behälter findet sich ein ziemlich starker Schnaps, wer keine Angst hat, neben äh, wenigen attraktiven Personen aufzuwachen. Sollte allerdings kein Problem mit damit zu haben. Okay, das ist cool. Mhm, mhm. Dickes Blut. Blutungsresistent? Nee. Mh, nee. Speichern wir mal ganz kurz. Ich werde hier auf dich warten. Ich werde hier auf dich warten. Hm. Was zum Teufel ist hier los? Warum ist das so todesdunkel gerade gewesen? Oh. 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 Okay, das ist interessant. So. Bleib hinter mir. Ich werde hier auf dich warten. Moin. Sie ist ein kleiner Nachtschatten. Hui. Sie ist schon wieder, ey, mit ihren krassen Dance-Moves. So. Nachtschatten beseitigt. Kurz gespeichert. Ich laufe da jetzt nochmal rein und gucke, ob da... Irgendwas hinter diesem Wasserfall ist. Ein Rucksack. Noch mehr. Hammer. Kleiner Heiltrank. Okay. Okay. Passt schon. Kleiner Heiltrank. Öllampe. Elektroschrott. Ansonsten sehe ich hier nichts. Interessant. Ich werde hier auf dich warten. Ich werde hier auf dich warten. Laufen. Okay. Ich werde hier auf dich warten. Wo sind wir? Wo sind wir? Auf der anderen Flussseite. Da wollte ich gar nicht hin. Dammit. Wo könnte hier zufälligerweise dieses eine Gebäude aus dem Bild sein? Vom Bild? Ah. Guck mal da. Da kommt es wahrscheinlich alles her hier. Hehe. Das sieht auf jeden Fall nicht so angenehm aus, das Gebäude. Hä? Ich stand gerade auf Kajas Kopf. Speichern wir nochmal kurz. Okay. Hier komme ich leider nicht rein. Oh doch. Cool. Irgendwas nicht ganz so Gutes würde ich sagen. Hauen wir uns nochmal kurz nen Trank rein. Vielleicht nicht zuwilligerweise noch irgendeine Kette, die mir... Nö, nicht wirklich. Ja, eigentlich wollte ich ja hier dieses Gebäude jetzt noch nicht untersuchen. Aber hey, ich habe scheinbar keine andere Wahl. Mal. Oh. Schon wieder ein Cthulhu. Gut. Gut, hier ist offensichtlich nichts drin. Hm. Was ist denn hier los? Ich möchte doch nur hier hochfliegen. Hallo? Antioxid... Antitoxin... Zigaretters... Kartenstürke, nice! Her damit! Bäm! Die zwei nehmen wir auch gerne mit. So, da unten ganz viel Gift. Juckt mich jetzt erstmal nicht. Ein Foto. Ah ja. Wieder ein Entwicklerfoto vermute ich. Zu einfach. Absolut. Absolut. Ähm... Boah. Wir machen folgendes. Speichern einmal. Bei uns ja gerade schon nicht so gesonnen. Ah... Okay, pass auf. Ich lade nochmal. Das ist mit dir nicht richtig, boah. Warum bist du so... So komisch. Ich vermute ja, das ist einer von den Verfolgern von... Ray, war... Ray, war... Wie auch immer. Aber ich hab den Steckbrief von ihm noch nicht gefunden. Interessant, dass er sich hier in dieser verseuchten Gegend so gemütlich aufhalten kann. Kabel. Irgendeine lustige Forschungsnotiz. Subjekt 5D. Altes Flugblatt. Gucke, warte mal. Ähm... Erstmal altes Flugblatt. subjekt 5 weiß weiß weiblich zwölf jahre keinen bekannten allergien 0 3 0 0 0 300 serum d intravenös verabreicht 15 milligramm 0 400 der rücken des subjekts ist gerissen subjekt verstorben für weitere auskünfte bitte in die autopsieunterlagen konsultieren alter rücken aufgerissen das ist ja nicht so angenehm würde ich jetzt spontan mein altes flugblatt okay hier empfehle die skies wir machen menschenversuche infinity skies können wir hier noch mal runter in die seuche hinein schmeißen wir noch mal eine magnesium fackel an gedrich mensch mhm 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 geiler besen langsam werden wir ungeduldig wenn sie nicht bald brauchbare ergebnisse liefern wenden wir uns an jemand anderen sie haben zwei wochen was für ergebnisse sollte er liefern was für ergebnisse die man menschen am besten manipuliert aus ihm mutanten fertigt das objekt hat heute erste reaktionen gezeigt schlafmangel reizbarkeit erste anzeichen von halluzinationen die dosierung muss noch modifiziert werden ich lasse ihnen bald die erste probe zukommen klingt alles in allem wenig erbaulich was alter diese kranken schweine haben ja menschen gefoltert was zum teufel ist das hier hier haben sie so eingefärcht wie tiere fuck und da soll man meinen das wären menschen ja solche psychopathischen kranken schweine kannst mir vieles erzählen aber nicht dass die es nicht verdient haben von riesen meteor erschlagen zu werden was soll das denn sein auf der toilette abgestellt oder was brauchen wir nicht mehr stellen wir mal da wo platz ist auf der toilette da kann man ihn hinlegen ist ja nur ein mensch forschung subjekt 3a subjekt 3 weiß männlich 46 alkoholabhängig keine bekannten allergien raucher 0 300 nr 3 serum a intravenös verabreicht 45 milligramm keine wirkung 0 330 keine wirkung 0 400 serum a 200 milligramm intravenös verabreicht 0 430 nr 3 beklagt sich über kälte heizung von 23 auf 18 grad heruntergestellt aha 0 500 nr 3 zittert sichtlich am ganzen körper das serum scheint anzuschlagen 1 1000 keine ahnung das subjekt zeigt keine änderungen heizung wird über nacht auf 12 grad celsius und runter geregelt keine änderung 0 300 das subjekt schläft es ist es bedankt sich dass die heizung aufgedreht wurde die heizung steht auf zwölf interessant 0 400 keine veränderungen 1000 heute keine veränderungen heizung bleibt bei zwölf grad 0 300 subjekt kann nicht hat nicht geschlafen subjekt ist ungewöhnlich warm schwitzt äußert starke stark und was schwitzt äußert ach schwitzt äußerst stark und zittert 0 9 30 serum a 65 mg intravenös verabreicht 0 400 subjekt hört auf zu zittern 0 430 wird das subjekt wird lethargisch reagiert nicht mehr auf seinen namen 1000 keine veränderungen 0 300 subjekt halluziniert stark zittert und seine haut nimmt eine weiße färbung an 0 330 serum a 65 kann nicht intravenös verabreicht werden die haut des subjekts ist zu ledrig wird oral verabreicht 0 330 0 340 subjekt stark aggressiv orale verabreichtung erweist sich als schwierig verabreichte menge des serums a beläuft sich auf zwischen 65 und 200 mg 0 400 zittert zittern lässt nach subjekt beruhigt sich wieder 0 900 leichte großflächige beulen am ganzen am rücken sind zu beobachten 1000 keine veränderungen 0 300 subjekt ist tot mehrere knochen brüche am an armen und bein knochen strukturen wesentlich fest fester als zuvor knochen nicht mehr gerade sondern bogenförmig für einen genaueren bericht kommen sie besser persönlich zu mir doktor haben die leute hier an mit elex an menschen rum experimentiert das ist das was sie hier getan haben finden wir hier noch mehr berichte das werk wird unverzüglich geräumt alle gefahren güter müssen ordnungsgemäß verpackt werden diese werden dann in die dafür vorgesehenen transporter verladen zu wieder handeln wird aus schärfste bestraft warum also nicht warum das zu wieder handeln aus schärfste bestraft wird sondern warum mussten die das werk verlassen ist hier etwas ausgetreten oder ausgebrochen was sie lieber nicht hätten ausbrechen lassen sollen wo ist eigentlich kaya hin das würde mich auch mal interessieren so das war jetzt krass auf jeden fall so ich würde sagen kaya hat sich hier unten wieder hin verzogen irgendwo bestimmt weil hier oben ist ja offensichtlich nicht mehr doch da ich dachte es wäre mein eigenes bild ich doof bin mach das ich habe sie glaube ich da unten verpackt dann gehen wir hier bald wieder raus so interessant da haben sie also an menschen rum experimentiert ähm ich würde sagen ich habe ein bisschen die folge überzogen aber ist egal wir haben einiges interessanteres herausgefunden wo wir allerdings nicht genau wissen wo das hingehört aber ich fand das gut nette story in dem sinne wünsche ich euch einen schönen tag noch haltet die ohren steif vielen dank fürs zusehen und bis morgen ciao 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 ciao